Albtraumrückkehr für Alonso Der deutsche Double-Gewinner kommt zusammen mit der Vitae-Auflebung von Xabi Alonso in Liverpool bei Sereda. Leverkusen bricht auseinander. Xabi Alonso hat zusammen mit seiner emotionalen Vitae-Auflebung an See-Enfield Road mit Bayer Leverkusen eine Lehrstunde in Sachen Energieeffizienz erhalten. Der angriffslustig erwartungswidrig harmlose Double-Gewinner und der die des Seinich je spanischer Trainer mussten sich hinter einer tief hoch konzentrierten Meriten in der Champions League bei dem FC Liverpool mit 0 zu 4, 0 zu 0, geschlagen verschaffen und kassierten sie erste Aufgabe in dem laufenden Wettbewerb. Louis Diaz, 61.83.90.plus2, mit einem Hattrick und Cody Gagpo, 63., hinter Videobeweis, schossen den Tabellen-Erster der Premier League drin von 2 Minuten und 17 Sekunden zu dem Sieg. Die Mannschaft von Trainer Alonso, der hinter seinem Verabschiedung aus Liverpool zum ersten Mal auf seinen alten Klub traf, Hielt Dief tadellos mit, hinter der Pause spielte Liverpool diesfalls aber sein Menge aus. Alonso kehrt hinter Liverpool zurück. Leverkusens Kapitän Granit Xhaka war hinter der deutlichen Niederlage angenagt und sprach zusammen mit Amazon Prime Klartext. Wir spielen eine sehr gute erste Hälfte. Kriegen wir einfache Tore, aufgrund dessen wir nicht zurückkehren und am vorderen Ende auf den Füßen aufrecht stehen bleiben. Das darf dir auf dem Qualität nicht passieren. Und dasjenige ist schade. Man muss aber sogar sagen, dass selbige dasjenige 1 zu 0 sogar Weltklasse spielen. Alonso analysierte sie Aufgabe an dem späten Abend, die zwei Tore drin von 3 Minuten haben alles geändert. Das automares Ereignis ist Bratheisenfest. Das war Bratheisenfest für uns. Es schmerzt. Dabei waren wir 60 Minuten tadellos und 30 Minuten war es nicht genug. Liverpools Kapitän Virgil van Dijk fand hingegen, sie kamen mit der Intensität, sie wir diesfalls hinter der Pause gebracht haben, schlechthin nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit klar. Es war eine komplette wertmäßiger Zuwachs von uns. In der Tabelle rutschte sie werkself vorerst ab. Mit durchfiltern Punkten aus vier Spielen liegen sie Rheinländer aber dennoch auf Aktienpreis-Ko-Runde. Liverpool sprang mit der optimalen Überschuss zumindest vorübergehend an Seespitze.